So Leute, da sind wir wieder. Neue Runde Heroes of the Storm. Der nächste mittlere Held Sonja, Frontbrecherin, Nahkämpferin mit Speer der Urahnen. Du schleuderst einen Speer nach vorne, betäubst einen Gegner kurz, erzeugst Wut und machst Schaden. Ziehst dich auch noch an den Gegner ran. Seismisches Schmettern macht Schaden vor dir und auch dahinter in so Wellen, als würdest du der Boden ein bisschen aufbrechen. Wirbelwind, du wirbelst 3 Sekunden, machst Schaden und kriegst Heilung. Bei gegnerischen Helden kriegst du mehr Heilung. Die Wut ist dein Manaersatz. Wenn du Schaden erleidest oder Schaden verursachst mit Outdoor-Attacks, generierst du Wut. Und nach jedem Einsatz einer Fähigkeit wirst du für 4 Sekunden lang etwas schneller. Sprungoffensive, auf Englisch Lieb oder man nennt es auch Uahuu. Wer dich nehmen, springst, machst Schaden, betäubst Gegner. Und Zorn des Berserkers lässt dich ein wenig anschwillen, mehr Schaden machen und so weiter. Wir gehen aber hier aufs bessere Ulti. Gehen wir hier rein. Ich kann es mit der Zorn ja nicht wirklich gut, muss ich dazu sagen. Wenig Übung, in letzter Zeit sie gar nicht gespielt. Bin mal gespannt, was wir jetzt hier kriegen. Und ob ich da meinen Teil zu einem erfolgreichen Spiel leisten kann. Wenn man die Sonja gut spielen kann, dann kann sie wirklich ekelhaft sein. Auch im kompetitiven Bereich wird sie gespielt. Und ja. Schauen wir mal hier. So, jetzt geht es weiter. Hat doch ein bisschen suchen müssen. Und jetzt haben wir aber ein Team beieinander. Und einen Tank bekommen. Hoffentlich Varian Tank, ne. Heiler, Malfurion, ein bisschen Schaden dazu. Wunderbar. Auf der Gegnerseite genauso. Lily Support, Garrosh Tank. Schaden. Nahkampf, Fährkampf und Lane Push. Wir müssen ein bisschen gucken, dass wir gegenpushen können. Varian ist jetzt nicht der Beste. Genji ist miserabel. Malf ist miserabel. Jaina und ich müssen hier gucken, dass wir klarkommen. Ich werde dann Bot-Lane gehen. Um unten die Lane zu halten. Und die Camps zu nehmen. Wütender Schlag. Als erstes genommen. Jedes viertes seismische Schmettern. Macht extra Schaden. Kostet keine Wut. Juhu. Ist das nicht toll? So. Dann gucken wir mal. So, machen wir ein bisschen Schaden rein und verziehen uns. Nicht, dass der uns reinwirft hier. Aua. Mit dem seismischen Schmettern kann man auch ein bisschen... Aua. Jawohl. Hammern. So, kann man auch ein bisschen poken, ja. Walla ist gestorben. Sehr gut. Genji hat den Schaden gemacht. Weil du musst ja den ersten Gegner treffen. Irgendeinen. Ist egal. Und dann schlägt es so nach hinten durch. Ja. Bisschen aufladen kann ich mich hier auch. Oh, ich habe die Malf-Heilung noch auf mir drauf. Das ist natürlich nice. So. Dann haben wir hier gesorgt, verziehen uns und gehen mal zu diesem Camp. In der Hoffnung, dass die Gegner uns hier nicht erwarten. Nee, da war schlechter als unten. So. Das hat jetzt kein Wut gekostet. Jawohl. Haben wir das Camp geholt. Können nach unten gehen. Aaaa. Sieh ja. Haha. Alles richtig gemacht. Hu. Das hätte auch böses ausgehen können. Wenn die Gegner da schneller reagiert hätten. So. Zack, zack, zack. Bum, bum, bum. Malf stirbt. So, okay. 45 Stacks auf dem Butcher. Das geht noch. So, hier ist nix, oder? Ist hier was? Okay, wir haben nen Tank. Varian hat das richtige Ulti genommen. Ja, die werden bei ihrem Camp sein, grad. Selbstverständlich. Dann geh ich mal nach unten, hab mir kurz überlegt, ob ich nach oben gehe, um oben bei dem Camp zu helfen, aber jetzt auch zu viel. Oh, der hat gut Schaden, das war gut. Oh, der hat gut Schaden, gut Schaden kassiert. Das war gut, ja. Das war gut, ja. Ah, ah, das war gut. Lass mich in Lüben. Kann ich ein bisschen aufladen? Ah! Okay, das können wir komplett deffen. So, okay. Der muss erst mal fertig soaken. Okay, der nimmt ziemlich viel Schaden. So, okay. Aua, Aua. Okay, okay, okay. Bumm. Äh. Ja, läuft doch. Rrrr. Ah, hab ihn! Wuhu! Der hat keine Mana mehr. Der hat keine Mana mehr. Ah! Lass ihn! Lass ihn! Nein, lass ihn doch! Okay. Äh, jetzt habe ich aber langsam tatsächlich ein bisschen Angst. Wir haben es, glaube ich, bekommen, oder? Ja, haben es bekommen. Und das Elan ist gut. Genau. Elan ist gut. Ein bisschen Heilung. Nein! Okay. Ah, fast. Ah, fast bekommen. Okay, aber hier läuft doch, läuft doch ganz gut. Okay. Der Bot-Shot, wie viel Stack? 60. Das geht. Ich helfe mal hier gerade. Okay, und dann gehen wir mal hier mit rein. Okay. Okay, zu krass will ich dann auch nicht rein, vor allem, weil jetzt auch die Waller dazukommen. Was macht denn die Waller eigentlich? Die geht auf Q-Stacks. Okay. Wo ist denn unser Heiler? Unser Heiler ist gerade dood. Ist schlecht. Ja, nach oben. Um das oben zu deffen. Da ist... Uh! Sssst! So. Aua! Ich will mich nicht... Nicht mich reinwerfen. Uuuh! Ja, die kriegen wir leider nicht hier. Gedefft. Ich gehe mal ganz back und dann gehen wir nach unten. Da sind wir jetzt noch rechtzeitig, denke ich. Naja, so halb. Kann man noch Kaffee trinken. Die Jaina kann unterbrechen. Sehr gut. Und jetzt hoffentlich nicht sterben. Jetzt versuche ich vor allem nicht zu sterben. Ich habe Minus-Rüst... Äh, Heilung. Und irgendwie... Ja gut, dann können wir uns ja auch hier jetzt verziehen, oder? Dankeschön für die Heilung. Die Gegner haben Level 10. Mehr können wir da gerade eh nicht machen, oder? Da ist noch ein Globe. Den will ich haben. Okay. 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 Ein bisschen poken, ein bisschen defen. Level 10 gleich holen. Alles ausgeglichen. Alles schick. So. Und wir nehmen... Uuuuh! Okay. Machen wir das. Äh, dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü- zwei für einen ist nicht so gut die werden jetzt unten des camp nehmen ok 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 dann immer den nazi buch aus ja wusste ich die nehmen das aber oben sind die türme aber aber was mich ja jetzt ist es auch gut gegen den butcher dass wir die stacks unten halten um um auf den hier und komm aah! 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 Ich seh nix! Jawoll! No! Hast mich nicht! aah! Was heißt das? Aber ich habe ihn bekommen. Aber zu welchem Preis? Ihm 20 Stacks gegeben und gestorben. Egal. I'm the damage. Woo. Ja, läuft doch. Also das, das... War auch ganz gut. Jetzt komm hier. Dafür muss er doch büßen. Jawohl, verliert er seine Stacks wieder. Woo. Nice. Nice, nice, nice. Okay. Wir müssten unten mal nehmen. Sind gerade zwei noch down? Ihr walt' ihr Uhr an. Hier entlang. Gegen mich kann niemand bestehen. Irgendeiner sollte aber auch unten interrupten. Ja, sehr gut. Oh, Mann. Okay, Hammer. 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 Hey. Nix da, Butcher. Ja, was willst du, du? Mmh. Okay. Haben wir, 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 sehr gut. Und Riesenschmettern, weil es zum Bild passt. So, okay, haben wir. Oh, Mitte ist ganz viel XP. Die nehmen wir uns, die nehmen wir uns. Denen wir uns. Okay, wunderbar. So, und dann können wir uns unten reinklatschen. Na gut, wir sind jetzt einer weniger, ne? Ja, ich muss nicht mehr rausspringen. Ich wollte hier rein und fancy rausspringen, aber... Das war doof. Ah, no! No! Ah, verdammt, das war schlecht von mir. Der Sprung völlig übertrieben. Genji hat ihn auch so bekommen. Und, ähm... Ja. Okay, nehmen wir den. Wunderbar. Nehmen wir den auch noch. Okay, jetzt müsste man doch eigentlich was gebacken kriegen hier auf der Map, wenn jetzt alle tot sind. Gut, die Jaina kriegt unten. Kriegen wir den noch interrupted? Genji? Komm, 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 komm! Genji! Ah! No. Äh, hier. Da drüben gibt's nix mehr zu gewinnen. Okay, gut, gut, gut. Auch mit dem Root. Oh, okay, sehr schön. Mein Sprung ist auch wieder ready. Oh, Genji überlebt. Sehr gut, sehr gut. Genji überlebt. Und... Er hier überlebt leider auch. Boom. Black! Boom. Hey, was willst du denn? Was willst du denn? Boom. Dann können wir den Boss noch nehmen. Vorsicht mal, das ist Schaden. Ja, läuft, 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 würde ich sagen. Jawohl. Okay, haben wir auch noch einen Turm gekriegt. So, und dann nehmen wir uns vielleicht oben wieder. Ja, 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 nehmen wir uns vielleicht oben wieder. Die XP hier nehmen wir auch noch mit. Den Globe nehmen wir mit. Die Jaina stirbt gegen Nassibo beim eigenen Camp. Das ist natürlich doof. Okay, haben wir, haben wir, haben wir. So, bringt uns Krater was. Eigentlich nicht. Ich mach mal Schmerzen unterdrücken. Muss ich halt dran denken, dass ich's drück. Okay, mehr können wir da jetzt grad nicht machen, leider. Ja, aber das sind halt tatsächlich zu viele, würde ich sagen. Schau mal, was der jetzt Schaden nimmt, der Malf. Oh! Okay, das tanke ich. Den Turm konnte man nicht aufhalten. Oben ist die Waller. Wird halt doch noch knapp, ne? Wuhi! Wuhi! Okay. Geh ich mal back. Ja, jetzt nehmen die leider alle Gebäude. Das ist echt nicht gut. Jetzt haben sie oben genommen. Stirbt die Waller dafür? Ja, vielleicht. Jawohl, die Waller stirbt dafür. Okay. Äh, da, 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 da. Der Nassibo verteidigt unten. Wenn der Nassibo unten verteidigt, müssten wir diesen Kampf hier gewinnen. Genau. Wenn der Nassibo unten verteidigt, müssten wir den Kampf hier gewinnen. Wenn der Nassibo unten verteidigt, müssten wir den Kampf hier gewinnen. Okay. Gut gemacht. Gut. Dann schauen wir mal, dass wir alle Türme wieder kriegen. Okay. Ja, ich weiß doch, dass du Wut brauchst. So. Können wir uns alles wieder nehmen? Ja. Oh, sorry. So, ich mach mich schon mal auf den Weg. So, okay, haben wir. Haben wir noch was rausgekriegt? Jawohl. Den Nassibo. Oh nein, die Jaina schaut nicht mehr so gesund aus. Was macht denn der Varian unten allein? Ach, er verteidigt die. Ach, wieder drei down von uns. Und die Gegner waren halt... Ach, schade. Fünf Schüsse rein. Zwei von die Gegner down, drei von uns. Schaut's denn aus. Schon ein bisschen wild. Aber ich krieg auch meine zusätzlichen Hotkeys gut raus eigentlich. Elan bringt uns halt ein bisschen Leben. Und Schmerzen unterdrücken. Unterdrückt Schmerzen. Klingt doch gut. So, die Gegner pushen halt echt hart. Also, der ist mittlerweile auch fertig, ja. Jetzt steck's. Wir müssten halt irgendwann... Weil, unten hat er verteidigt. Und nicht eingenommen, ne? Das ist halt das. Okay, da lang, da lang, da lang. Oh, 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 oh. Okay. Okay, 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 okay. Habe ich dich? Nein, habe ich dich nicht. Aua! Aaaaaah! Oh, der hat die Ding-Aufladung hier, dass es dann nicht mehr aufhört. Ah, deswegen hat die Sophie reingeschossen. Verdammt! Okay, unten ist ein Turm. Drei für zwei, okay. Ich hätte dann nicht mehr sterben müssen unbedingt. Auch die Chana ist zum Schluss gestorben. Drei von den Gegnern waren down und dann sind unsere beiden gestorben. Hier mal ganz schnell den Turm nehmen. Oder... Malp stirbt! Scheiße! Ah, und jetzt nimmt die unten und GG. Okay, good luck next. Na ja. War ein bisschen wild, war ein bisschen funny. Äh, 12 zu 4. Für das, dass ich sie nicht wirklich kann. Okay. Und ein okayes Spiel, ja. Sonja, Performance. Die ein oder andere. Uh, getroffen. Schaden gemacht. MVP. Na ja. Weiß ich nicht. Aber war von allen irgendwie ein bisschen wild, ja. Also okay. Marian Tank. Jawohl. Und ja. Sonja. Soweit so. Sonja. Hm. Ja. Egal. Ähm. 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 Die Statistiken folgendermaßen. Passt schon. Und die Talente mit ihr. Ähm. Wütender Schlag. Zerborstener Boden. Elan. Sprungoffensive. Kein Entkommen. Riesenschmettern. Und Schmerzen unterdrücken. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo und oder Kommentar. Würde mich sehr freuen. Und beim nächsten Mal spielen wir... Stuckauf. Bis dennne. Hössenschmer. Bis dennne. Kannst du fret menschen? Hier.